Erstmal freue ich mich wieder hier zu sein. Sehr spontan und überraschend. Hat jetzt glaube ich keiner mit gerechnet oder hat keiner geplant das Ganze. Durch die Verletzung von Sven hat sich das jetzt so ergeben. Mich freut es. Ich hoffe natürlich, dass Sven so schnell wie möglich wieder fit wird. Auch das ist natürlich wichtig. Matze hat mich angerufen. Ein paar Tage nachdem sich Sven verletzt hat, kam so der Kontakt zustande. Ich habe ein, zwei Tage überlegt, habe nochmal geschaut. Ich habe auch privat oder auch beruflich gesehen ein paar andere Sachen dann auch geplant. Aber es ließ sich jetzt alles sehr gut vereinbaren und dementsprechend ja, jetzt stehe ich wieder hier. Privat sagst du dein Studium zum Fitnessökonom. Da mal kurz die Frage, wie sieht es da aus? Kannst du das mit dem Job hier dann als Torhüter, kann man das vereinbaren?